Gelbe Seiten. Als Buch. Im Web. Als App. Als Buch. Im Web. Als App. Millionen regionale Geschäfte und Dienstleister werben mit Gelbe Seiten. Doch wie erfolgreich ist eigentlich Werbung in Gelbe Seiten? Wir wollten es ganz genau wissen und eröffneten unser eigenes Unternehmen. Eine Burgerbar irgendwo in Frankfurt am Main. Die Secret Barbecue. Dazu bauten wir in wenigen Tagen eine geheime, leerstehende Location fernab jeglicher Laufkundschaft mit viel Liebe um. Ich bin der Matthias. Ich mache seit Jahren Burger. Heute Abend ist die Eröffnung. Wir haben richtig viel Zeit investiert. Seit drei Monaten sind wir am Planen. Jetzt kann es endlich losgehen. Wir wissen nicht genau, wie viele Leute kommen und müssen uns auf Eventualitäten einstellen. Dieser Laden hier ist total geheim. Wie sollen die Leute den finden? Ich muss total verrückt sein. Mit der Gelbe Seiten-App. Ist doch klar, mein Sohn ist bei Facebook. Und der Gelbe Seiten-App. Übergelbe Seiten. Ist doch Stadtgespräch. Und den Gelben Seiten. Die Secret Barbecue hatte über zwei Wochen täglich geöffnet und war nur für die Nutzer von Gelbe Seiten auffindbar. Denn wir bewarben die Secret Barbecue nur mit einer Telefonnummer und Facebook-Verlinkung exklusiv im Buch von Gelbe Seiten, auf gelbeseiten.de und in der App von Gelbe Seiten. Das Ergebnis übertraf unsere Erwartungen. In 83 Stunden besuchten über 2600 Gäste die Secret Barbecue. Das ist alle zwei Minuten ein Gast. Jeder Gast, der den Weg in die Secret Barbecue fand, genoss frische Homemade-Burger und leckere Drinks in einer coolen Location. Jahrelang mache ich schon Burger. Ich habe so eine Routine. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Pro Tag verbuchten wir 27 Hotline-Anrufe und erzielten einen Umsatz von 22.000 Euro. Damit erhielten wir für jeden in Werbung investierten Euro mehr als 15 Euro zurück. Ein geiler Abend, aber so viele Burger in so kurzer Zeit. Jetzt kann ich keine Burger mehr sehen. Und was können wir für Sie tun? Profitieren auch Sie von Werbung in Gelbe Seiten. Gelbe Seiten. Als Buch. Im Web. Als App. Als Buch. Im Web. Als App. Ein Service Ihrer Gelbe Seiten Verlage. Einer, nach dem Beruf. Einer, nach dem ein Hohlen Kulto Buh majestic und ein Hohlen, nach dem Ein Saguen Christian. Als Buch. Im Afghan. Vielen Dank.